Wir reden hier viel über NFL, aber auch immer mal wieder gerne über Fantasy-Football. Und du bist ein Fantasy-Football-Guru. Du bist ein semi-professioneller Fantasy-Football-Spieler. Und deswegen reden wir natürlich auch über Fantasy-Football mit dir und über die Aussichten von Todd Gurley im nächsten Jahr. Unterschreibst du mir das auch, wenn die Kamera wieder aus ist? Nein. Todd Gurley, 2017. Was erwartest du? Das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage. Todd Gurley ist in den Drafts, die ich bisher gemacht habe, sehr, sehr teuer und meiner Meinung nach vielleicht sogar zu teuer. Also für mich kein sicherer Pick, sagen wir so. Er wird seine Opportunity bekommen. Er wird die Möglichkeit haben, sich zu zeigen. Die hatte er letztes Jahr auch. Und ich habe es mitbekommen, wie sehr TK gelitten hat und so sehr möchte ich eigentlich nicht leiden. Mit einem Running Back, den ich vielleicht sogar als Running Back One aufstelle. Dass er es kann, hat er gezeigt. Und das wird er auch mit Sicherheit immer wieder zeigen können. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er so ein sicherer Pick ist dieses Jahr. Letztes Jahr war er oftmals der erste Spieler, der überhaupt von Bord gegangen ist. Definitiv ein First-Rounder letztes Jahr gewesen. Ist er dieses Jahr noch ein First-Rounder für dich? Nein, auf gar keinen Fall. Seit 24 Spielen unter 100 Jahr hat es geblieben. Gleichsam hatte er allerdings seit Woche 9 2015 die meisten Carries aller Running Backs mit dem niedrigsten Average per Carry. Gleichsam auch. Meisten Carries seit Woche 9 2015 und die niedrigsten Average per Carry. Und ein ganz schlimmer Fun-Fact an dieser Stelle. In der NFL-Geschichte haben 320 Mal Running Backs die Saison abgeschlossen mit 275 Carries oder mehr. Davon war Gurley's 2016 Saison die 5 schlechteste aller Zeiten, wenn man die Average per Carry nimmt. Aber, man muss auch dazu sagen, 4 der 12 schlechtesten Running Backs dieser Kategorie haben unter Jeff Fischer gespielt. Und der ist ja zum Glück nicht mehr da. Letztes Jahr war der Running Back 19 mit 157 Punkten im Standard-Scoring. Knapp hinter Tevin Coleman, aber noch vor Jeremy Hill und Matt Forte. Wir spielen gleich das Spiel mehr oder weniger. Spielen wir es hier schon mit Todd Gurley. Nächstes Jahr mehr oder weniger als 157 Punkte? Mehr. Ja, ich sage auch mehr. 1000 Yards sollten drin sein. Receiving hatte er letztes Jahr 327 Yards. Auch die sollten wieder möglich sein. Sean McVay will ihn ja auch mehr ins Passing-Game involvieren. Obwohl man dazu sagen muss, man hat Lance Dunbar verpflichtet. Das war der Passing-Back bei den Dallas Cowboys in den letzten Jahren. Der könnte da einiges von wegstehlen. Glaube ich allerdings, wird er die Rolle von Benny Cunningham so ein bisschen annehmen. und deswegen nicht so viel stehlen, dass es unbedingt Todd Gurley schaden sollte. Und er sollte mehr als die sechs Touchdowns aus dem Vorjahr machen. Von daher mehr als im letzten Jahr. Ganz schnell gefragt. Du bist on the clock. Fantasy Football Draft. Todd Gurley oder Leonard Fournette? Leonard Fournette. Todd Gurley oder Lamar Miller? Todd Gurley. Todd Gurley oder Marshawn Lynch? Marshawn Lynch. Todd Gurley oder Marshawn Lynch? Untertitelung des ZDF, 2020